So, jetzt haben wir wieder eine neue Aufnahme von Let's Play Minecraft. Ja, ich habe einen neuen Shader. Das sieht man vielleicht, wenn ich mich so befähige. Ja, ich habe hier jetzt einige Shader Packs. Ja, aber jetzt legt es auch nicht mehr so. Ich habe jetzt... Ah, okay, 15. Äh, na gut, das... Naja, also, ich habe mir... Hä? Ich habe mir da unten doch wieder einen Wegpunkt markiert eigentlich. Lol, die Luft ist auch wieder weg. Na, Hammer. So. Spoiler, Spoiler. Spoiler, Spoiler. Okay. Dann würde ich sagen, ab nach Hause hier. Bam, bam, bam. Junge. Ab nach Hause her. Schneller. Ab, 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 ab. Komm schon, bevor wir Mops spawnen. Boah. Äh, da ist schon der erste Creeper. Schnell weg hier. Bevor die mir hier ein Loch in die Landschaft reißt. Ich muss hier... ...den Skype wieder mal auf beschäftigt gehen. Das vergesse ich immer wieder. Ach, gewinne ich mir auch irgendwann nochmal an. Hey, Zocko. Yay. Thank you. Ja, ich habe... ...gestern... ...also, eigentlich heute, aber... ...für euch ist das... ...dann gestern. Ähm, da die Folge erst morgen rauskommt. Also heute, äh... Ach, ihr wisst, glaube ich, schon, was ich meine. Also, da habe ich meine Top 3 Minecraft Textbacks... ...äh, vorgestellt. Ich glaube, die kommen nach diesem Video heute noch, oder... ...weiß ich nicht. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Das weiß ich eben noch nicht. Fuck. Viel zu viele Monster hier. Alter, fuck. Macht es euch was aus, wenn ich jetzt auf Peaceful stelle? Ähm. Bisschen folgt mir jetzt, ist kein Skelett. Hab ich schon Kürbisse? Nee. Schnell was wegwerfen. Scheiße. Fuck. Töter. Alter. Neue Schmetterlings-Effekt für die Wimpern. Ja. 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 Ja, hey, Level 30. Ach, was soll denn das wieder? Ja. Werbung. Lol, wartet. Ich muss jetzt wirklich auf Peaceful stellen. Tut mir leid. das war jetzt einfach so viel. So, ein paar Kürbisse natürlich mitnehmen. Gott. Bin ich schon hier, wo ich glaube zu sein? Ja, oder? Das ist doch der Anfang hier. Meine Möcke. Oder nicht? Ich bin mir hier gerade gar nicht mal so sicher. Lol. Ich bin mir hier gerade mal gar nicht so sicher. Obwohl, sieht mir sehr stark danach aus. Oder? Ja, nein. Vielleicht. Ja. Ist. Ich bin zu Hause gut. Puh. Das ist schon mal gut. So. Was denn hier? Alter. Die Hülle kenne ich ja noch nicht mal. Okay. Ab in mein Haus. Ah, was geht bei euch drüben so ab? Ja. Ah, fuck. Fällt mir. So, gleich wieder auf Easy stellen. Und gleich mal schlafen legen hier. Ja. So. Schauen wir mal. Sie hat gewachsen. Nämlich wirklich. Einsortieren würde ich sagen, heißt es jetzt. Die Rümpelkiste lasse ich erstmal noch. Graten. Das gehört doch eigentlich zu essen. Was mache ich hier? Kies. Warte mal. Ich muss eher erstmal ein bisschen was an Eisen. Ach nee. Das mache ich zum Schluss. Koppel. Was kommt denn die Koppelkiste hier? Ganz unten dran. Äh. 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 Verzaubertes Buch. Habe ich ein Buch für Verzauberungen? Äh. Ein Buch für Verzauberungen. Tja. Tja. Da sieht man wieder, wie konzentriert ich heute bin. Äh. 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 Der gehört hier zur Ausrüstung. Äh. Äh. Das gehört zu Essen. Das gehört zu Garten. Äh. 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 Wo habe ich das denn? Ich muss mich hier wirklich erst dran gewöhnen. Das. 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 Oh so. Und jetzt hoffe ich keine Werbung. Das. Das. Jawohl. Keine Werbung. Ausrüstung. Genau. Hals. Das ist doch hier, oder? Ja. Ganz richtig. Eisen. Warte mal, hier habe ich noch Mob-Zeugs. Ja. Pfeile gehören zur Ausrüstung. Logischerweise. Oder ne, warte mal. Nehme ich mir noch mit. Muss ich mich noch mal gut ausrüsten. So. Was mache ich denn? Wie ging denn das noch mal? So ging das genau. Haha. Das ist so hammer. Ne, obwohl. 32 kommt er in jeden Ofen rein. Würde ich sagen. Ja. Und hier das und das. Dann hier. 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 Schön übertreiben. Dann hier. Leute. Hier nochmal 16. 16. 16. Okay. Wegpacken das Zeug. Bam, 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 bam. Schüsse hier und ruhen. Gerümpelkiste. Ich brauche unbedingt noch ein bisschen. Also nehme ich mir kurz mit. Holz nehme ich mir auch noch mit. Äh. Dann geht's wieder hoch. Und es haben sich ja schon einige beschwert, dass ich Einrichtung machen soll. Darum kümmere ich mich natürlich jetzt auch. So. Ups. Gut. Das passt so. Also dafür brauche ich erstmal Eichen und Birkenhals. Ähm. Habe ich eigentlich noch genug? Weil ich glaube sonst muss ich wieder. Ja. Richtig. Holz fällen gehen. Oder. Ne. Ich mache als erstes Tier. Tierfarm. Ja. Tierfarm. Okay. packe ich an diese Seite vom Haus dran. Ach hier hat ja auch noch was Platz. Ohm. Jo. Gut. Dann mache ich das halt. So. Wie groß ist denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Geht's noch gut. Mann. Danke. Hat das denn den Bogen getroppt? Schade. Ups. Sorry. Ähm. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das habe ich glaube ein paar Zählen draus gebracht. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier sind's 1, 2, 3, 4. Leute. Deswegen geht sich das nicht aus. Dachte mir schon. Gut. Dann muss hier noch einer erweitert. Und hier dann hin. Okay. Geht sich hier auch noch was aus? Ich würde mal sagen, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Dann fehlen hier nur noch die Zauntore. Ich brauche 1, 2, 3, 4 Zauntore. Schon fertig? Das lasse ich mal. Unkürziges Fressen hier. Warte mal, ich habe hier genug Sachen. Bam, bam. Okay. Ich brauche noch ganz andeutig mehr Holz. Oh. Oh. Okay. Soll mir auch recht sein. Naja. Soll mir recht sein, wie gesagt. 1, 2, 3, 4. Warum mache ich den Eingang einmal so? Hier an Eingang hin. Und ans Ende habe ich die immer gesetzt. Ach, dann setze ich den hier jetzt da hin. Das geht natürlich auch. Ja.